Glauben Sie an die Liebe? Das ist dieses einzigartige Gefühl. Dann wirst du mal einen riesigen Bogen machen. Ja. Ich möchte mal Kinder. Stimmt das? Ich dachte, es macht ja Sinn, wenn ich dir auch mal einen Schlüssel zu meiner Wohnung gebe. Sagst du eigentlich? Ich? Ja. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Wusste nicht. Aber ich bin mein Partner. Da ist ja eine Schwange zu schnauhen. Ich kuschel mich mit jedem. Ich will mich einfach... ...zuverliehen. Ich bin mir so noch ziemlich. Ich weiß schon, warum ich die Finger in diesem ganzen heilmannischen Quatsch lasse. Erlina will Spaß. Wenn sich einer in dich verliebt, dann bricht sie ihm das Herz. ... 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